Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Industrial Craft 2. Das ist ja mit einem kleinen Shader drin, aber ich weiß nicht, ob ich den überhaupt drin lasse. Es schaut zwar echt geil aus, aber es sieht halt extrem gerade an den FPS. Das ist fast ein bisschen schade. Also ich wollte mal den Shader ausprobieren. Ich habe ihn ja auch schon mit drin gehabt, bloß damals hatte ich auch wesentlich weniger Mods. Aber ich finde, das schaut irgendwie so richtig cool aus. Aber da ich jetzt hauptsächlich drin arbeiten werde und drin schaust es schon fast ein bisschen zu dunkel dafür aus, würde ich vermutlich einen Shader auch wieder raus machen. Ich habe da hier so ein paar drin. Bei teils gut, teils extrem dunkel ausschauen und dem auch von FPS auch ziemlich ziehen. Was sah denn das richtig cool aus? Da war eins, das sah, das hat es mich extrem an Cell-Shading erinnert. War das der hier? Warte. Ist das hier das Cell-Shade? Ja doch, das ist das hier. Huch. All extrem, diese Tiefen und Schärfe und es hat auch so ein Cell-Shading-Effekt. Das finde ich, das sah richtig geil aus beim Ausprobieren. Ich finde, das Wasser schaut auch so hammergeil aus. Alter, aber ich weiß nicht, Cell-Shading ist viel vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber auch, wenn es irgendwie cool ist. Alter, wie das hinten ausschaut. Aber ich finde, das Wasser halt so mega geil. Oder es hat noch so schönes, was... Ne, die Säustik, die waren nicht so schön, glaube ich. Oder nehmen wir mal einen, an denen wir vielleicht den Standard nicht vielleicht gerade den Ultra. Der ist schon so extrem dunkel, weil wenn man jetzt drin, wenn ich drin bin, dann sieht man gar nichts mehr. Es schaut halt das Licht, schaut halt richtig geil aus, aber so für dunkle Orte ist es natürlich nicht gedacht. Da kann man das vergessen, da hier werden auch die Gläser nicht richtig dargestellt, aber das leuchtet halt richtig geil. Lichter kommen halt hier richtig gut drüber. Ansonsten ist das Ding eher ungeeignet. Ich mache mal kurz Tag, vielleicht kommt noch was Shader aus, so wenig können wir sagen, vielleicht benutze ich doch was, obwohl... Oh, nicht die Bedeutung für mich ist das Gefühl schon tiefste Nacht so vom Dunkelheitsgrad her, aber du kannst auch nicht die Bedeutung. Noch ein bisschen Licht. Hölllicht, zack, ist immer noch scheiße dunkel. Das ist halt so ein bisschen schade, dass der, der schaut halt geil aus zur Form. So auch das Sonnenaufgang. Es hat schon was und das Wasser, ich finde es fast halt immer noch wahnsinnig episch. Aber schade, was haben wir noch so schönes? Was war das da? Ich habe schon mal alle durchprobiert, das ist nur so ganz leicht, das Selfsharing, das merkt man irgendwie gar nicht. Das hat halt dieses, dieses Blätter, die Blätterbewegung hat das halt drin. Aber mehr ist es glaube ich nicht, das steht auch glaube ich dran, Bump. Ach ne, war schon falsch, richtig. Genau dieses Bump Shadow Waving, das ist halt drin. Das sind nur diese Blätter. Das sind die Blätter so bewegen. Ansonsten merkt man das halt kaum. Finde ich auch so ein bisschen schade. Das haben wir ja noch so schön. Also können wir nochmal ein bisschen durchtesten. Was war das nochmal? Wollen Ultra, das zieht wahrscheinlich die FPS jetzt extrem runter. Ach genau, das war dieses extrem überstrahlte, alter. Also wem es jetzt zu dunkel ist, viel hellestens der innen drin. Der kann auch das, die wir verwenden. Da ist auch innen drin alles hell. Die schon irgendwie gerade alle nach links. Da siehst du ein bisschen verrutscht. Das ist irgendwie allgemein bei dem Mods. Äh, ja ne, boah, ist das krass. Ne, das geht ja mal gar nicht. Ach so, das, ne, das hatte ich ja gerade vorher, oder? Ja, genau, das war der, 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 der krasse. Ich, ich, ich merke mir das immer nie. Auch mal, dass dieses Preview gedöns. Was war das? Das ist auch nicht viel besser, obwohl das Licht entfällt. Ich weiß nicht. Ne, hier ist glaube ich extrem dunkel, dafür ist draußen extrem hell. Die Sonne ist natürlich extrem überstrahlt. Weiß nicht, da, es schaut schon irgendwie geil aus, muss ich sagen. Aber ich finde auch, wie noch das halt so richtig geil. Aber ich glaube, wenn, dann könnte ich vielleicht, mich überreden, vielleicht mal eine Weile mit dem hier zu spielen. Den finde ich euch noch ganz angenehm. Der ist jetzt nicht so extrem. Selbstständig ist trotzdem ein bisschen leicht drin. Man merkt es auch. Wasser hat es nicht diesen krassen Effekt. Den krassen Spielungseffekt. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht nehmen wir mal einen höheren, nicht den Low. Was ist, wie gut ist der Medium, was ändert der so? Merkt man das mit dem Wasser schon? Da ist das Wasser jetzt ein bisschen mehr. Gespiegelt, da bewegt es sich auch. Weiß ich nicht. Könnte ich ihr mal sagen, ob ich mal ein bisschen mit Shader Spielzeug mache ich mal den Low jetzt wieder rein. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Ne, da bewegt es sich das Wasser, aber hat keine Spiegelung drin. Wo ist es jetzt für drin? Wir werden jetzt weiter noch drin arbeiten. Ich glaube, dass der Shader sowieso schwach sind. Dann machen wir mal wieder den Shader raus. So, dann spielen wir wieder ohne Shader weiter. Können wir sagen, wenn ich so ein bisschen draußen bin. Also wenn ich draußen was mache, ob ich da vielleicht mit dem Shader reinhauen soll. Und wenn ja, welche euch jetzt am besten gefallen hat. War jetzt ein bisschen zum Schnelldurchlauf. Müsste ein bisschen zurückspulen und schauen, was da am besten war. Was ich jetzt hier noch vorhatte, ist, weil ich hier irgendwie so extrem nicht Platz habe, dass ich die Tinkers Kunst-Ecke hier mal verschiebe. In den neuen Hausabteil drüben. Da möchte ich ein bisschen mehr Platz habe. Das haben wir Crafting Station. So, Stanzel Table. Wann wir da hin? Part Builder. Tool Forge hier. So, jetzt hätte ich vielleicht mal einen Inventar zum Müll mit lauter Stanzels, die ich gar nicht all den Inventar kriege. Das Wichtigste habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Scheiße. Da ist es. Die wollte ich ja. Huch. Zu weit gedreht. So, halt. Ich kann ja gleich mal hier den hier machen. Der gehört eigentlich ins Stanzel Table. Der steht hier. So. So, nehmen wir den. Nicht den Rest. Nein, haben wir noch. So. Was waren da oben alles drin? So, im Prinzip welche auch Ding, das Konzept, warum nehmen wir das mit? Jetzt habe ich wahrscheinlich die Bücher nicht bei. Äh, die Bücher. Die Kiste. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Platz. Kann ich auch sagen. Ich stelle hier die Kiste hin. Ich schmeiße jetzt erstmal alles rein. So, hier können wir dann auch immer noch. Aluminum. Brup. Na toll. Das weg, das weg, das weg. Das weg, das mal kurz dahin. Wo habe ich eigentlich Gummi hier dabei? Ich habe noch irgendwas gecraftet. Jetzt sagt, kann man es mal da rein. Hä? Ich bin da schon geschwungen. Man scheint nicht. Äh, was wir denn da? Ich weiß gerade die Gewohnheit, weil ich vorhin immer da rein, da hin musste. So, was ist jetzt? Wer müsste eigentlich? So, wer hat das jetzt geschrieben? Ich weiß, es ist nicht mehr. Tut mir leid, ähm, dass es eigentlich reicht, wenn ich Extruder und, ähm, den, 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 den Rolling, die Rolling Machine, der, den Roller, der Räte, Schädel, müsste ich halt jetzt das Rezept abändern. So. Ja, das war ich denn da. Was hat er da hin? Hier? Nein. So, dann muss der hier weg. Ähm, wie war das? Ich kann hier. Copper. Ich kann ja nicht mit dem hier machen. Das ist einmal ein U. Dann das Ganze mit dem... Hä, warum ist der Metal Form jetzt nicht da drin? Ach nein, ich meine, wie macht man das nicht? Was macht man damit? Die Extruding-Methode, äh, kann ich das? Das kann ich nicht so reinmachen. Shit, da brauche ich dann doch wirklich die Teile. Habe ich noch so eine, äh, 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 copperplate. Copperplate, gerade noch eine Vorhand. Ach, schmarrn, ich brauche hier direkt Kupfer. Dann vielleicht so ein. Das hat glaubt gerade egal, wie ich das mache. So. Ja, scheiße. Jetzt brauche ich noch. Ach, ich hätte ja, boh, nee, das ist. Ach, ich habe hier noch Ardait, ach, das muss man wegwerfen. Wegwerfen. Loswerden. Copper. Da haben wir noch einen. Schmarrn, das sind drei. Obwohl das kann ich auch. Wie viel kriegt er raus nochmal? Ah, jetzt aber shapeless, mesurator, metalform, extruding, krieg drei raus. Also auch. Drei Endcode. So, und der gehört jetzt da rein. Die Rezepte passen ja trotzdem. Okay, habe ich eigentlich schon Cable, Craftable gemacht, anscheinend, ja. Okay, gut, gut, gut. Jetzt bin ich hier immer noch so voll. Warum? Weil der Koppel nicht so schnell weggeht. Habe ich noch. No, habe ich nicht. Ich könnte noch ein Messerator, aber ich habe Koppel dabei gehabt, oder? Ich habe noch ein Messerator, aber hier Messerator, Recycle, hier dann wohl umstellen. Zum Beispiel, der hat nichts zu tun. Das ist der mit dem Stone Dust. Da das Senz, dann habe ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Deswegen ändern wir das mal kurz um. Geht es schneller voran. Der Messerator, der hat gar nichts zu tun. Der kriegt wahrscheinlich später ein Interface, und dann schicke ich das einfach runter. Habe ich noch. Könnte ich gleich schauen, ob ich Interfaces habe. Ich könnte aber natürlich erst noch das Adal loswerden, das ich hier habe. Machen wir das mal so. Sonst irgendwas, was ich hier überhaupt nicht bauche. Ich habe noch zwei Upgrades. Den Secute kann ich auch mal ins System schmeißen. Die Batterien auch. Keine so langsam ins System umziehen. Ich traue mich bloß, aber noch nicht so richtig. Aber wie will ich von denen schon wieder habe, ist ja fast unverschämt. Zack, schmeißen wir da rein. So. Dann mal überlegen. Ich habe zwischen mehr Keys als Kabel. Ja, super. So, dann will ich, wie viele Interfaces habe ich da noch? Interface. Ach ja, Ratzversorg, glaube ich, geschrieben, dass eventuell der Basic-Prozessor hier im Interface verschwunden ist. Das kann gut sein. Habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst, dass ich noch was er machen will. Ich glaube, mir ist das Quarz auch ausgegangen, gell? Ich habe nur noch 21, das geht ja noch. Aber Gold habe ich gerade gar nicht, gell? Gold, 15. Gar nicht, ist jetzt was anderes. Wir schützen hier aus. Meine Goldschmiede, 5. Ist jetzt nicht so viel, liegt vielleicht ein bisschen auch am Juju. Muss ich hier noch stromen? Ach, ich habe doch ein paar Sonnapanels noch gehabt. Die könnte ich, die könnte ich nicht, nur die sollte ich hier sogar anschließen. Ich habe doch gerade eben Sonnapanels gesehen. Sogar sieben Stück an der Zahl. Jetzt mal das reinschmeißen, davon habe ich gerade was anderes noch vor. Die 7 nehme ich jetzt mal kurz. Ich mache das jetzt nicht zu einem LV, sondern nehme jetzt einfach mal kurz direkt. Habe ich kein Kuppe-Kabel mehr. Cable. Na ja, dann machen wir mal kurz 10, ist ja wurscht. Das geht ja recht fix, da nehme ich halt die 7. Das reicht auch. Auch jetzt nicht unbedingt hoch. Alle 10. Boing. Dann schließe ich mir das halt hier kurz an. Wir sind so 7 Stück, das sollte ich hier so reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich weiß über General, du hast mit der Duan-Soulers-Mod vorgeschlagen. Dann würde ich hier fast Compact-Soulers rausschmeißen, aber muss ich noch schauen, ob ich das mache. Ich habe es noch nicht genau angeschaut, die Mod. Ähm, was ich noch mal brauche, war ein Interface. Kannst du mir eigentlich schon einen machen? Oder fehlt irgendwas? Ich vermute mal Basic Processor fehlt, okay. Ach, schmarrn. So. Basic. Der fehlt mir. Wie viel Silicon? Brauche ich kurz Quarz. Nehmen wir mal 6 Stück davon, schmeißen sie nicht in den Messerator, sondern hier rein stimmt. Ich muss doch im Ofen anschliessen. Für Interface, eins nach dem anderen. So. Basic. So. So. Dann müsste ich jetzt ein Interface dran haben, oder? Jo. Läuft. Wo wollte ich den anschließen? Nachdem ich im Bett war? Schader Error. Da gab es einfach mal viele. Ach, beim Messerator wollte ich den anschließen. Schon mal. Der Out, das scheiß in Output habe ich aber auch weggetan. Ich weiß nicht, im Creed Centamer ging das auch. Andere Richtung. So. Hier sind noch nicht alle Erze drin. Genau. Hier viel zum Beispiel auch Golderz. Genau. Das wird gleich mal hier im Bulwerse gesteckt. Perfekt. Habe ich dann hier eigentlich alles. Gold, Eisen, Kupfer, Zinn, Silberfehl zum Beispiel. Ähm. Oh. Lidoor. Lidoor wollte ich ja doch wieder über dem Messerator laufen lassen, die ich jetzt abgesteckt habe. Ja. Egal. Dann. Hoch. Boah, ist hier dunkel. Wo ist eigentlich so dunkel? Ja, ich sollte die Abmoderation machen. mal im r5 modus probieren lustig aus warum ist nicht so dunkel so dunkel was daraus dunkel ist ich kläre das gleiche dunkel ist aber ich soll jetzt mal kurz im dunkeln schon das komisch aus habe ich irgendwas egal gutes nächste mal also ich will jetzt noch den demnächst die maschine das fertig kriegen interface ist darauf packen so dass sich ein und damit der rezepten der automatischen kraften rezepte nach und nach einfügen kann die mining tour wird noch folgen aber nicht diese aufnahme session weil ich brauche unbedingt folgen und heute ist freitagmorgen schon den ersten wieder raus ja deswegen muss jetzt auch beenden um dann wieder weiter machen zu können und wir sehen uns dann gleich wieder bis hin